meine damen und herren hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge auf der erden gerade in ls 19 ab in die ziel zusammen mit dem film ein wunderschönen abend abend ach so los so stu dacht mir gerade was ist diese das sind fokke oder die europäische das schon hier vor um ja ich habe die die terriere bevor um sie schon mal hier sehen um zu sagen ich bin weil wir haben wir gekauft nein wir haben nur gemietet müssen die striegel in den wiederkammer gekauft so war der witzkommens haben wir den 1 ja was ich eigentlich sagen wollte und zwar warte ich lasse den gleich runter weil da kann man ihn zurückgeben dann kann man nämlich vorspulen so was sie dir eigentlich sagen und zwar gefreutet seht man schon letztendlich noch beim striegel wie soll ich sagen jetzt schon hier um ja ein bisschen weitergearbeitet wunderschönes feldnummer zweifelig gestiegen sind mit auf nun kann man nicht bis auf der freunde so lange wird und sie ist auch benötigen nie das heißt wir können im vorspulen werden schon seine bieter aufräumen gar nichts aber nun mal weiter und erlert die langem oder schlafen bis 6 oder immer mal bestimmt Warte stopp ich muss in den Bildern aufräumen und jetzt hat er die ab abfalle abgelehnt werden ja Scheiße, Ernst. Ja, in meinem Ernst. Aber immer ein bisschen Radio Army. So, passt. Die Streifen an der Wand, wunderbar. Ja, passt so. Können wir stehen lassen. Licht aus. Ja, jetzt schlafen wir. Mein Gott. Boah, der voll das Pamorama-Bild. Da steht unser Hund. Ah, 5 Uhr geht eigentlich voll. 5, warte, wir gucken aufs Feld. Wie sieht's Feld aus? Das ist das Wichtige. Es ist noch nicht reif. Oh, Mann. Dunkelgrün. Aber... Ich spule ja... Unsere Wiesen sind. Die Wiesen sind jetzt komplett doof. Oder, warte. Sind sie immer noch nicht. Also, das muss noch rendern, aber jetzt, wie es aussieht... Oh, das sind die reif? Aber die müssen ja nochmal alles so... Nee. Die sind schon reif, aber die sind ja... Die sind ja nicht voll. Ich spule jetzt einfach noch ein bisschen vor. Kann man ja auch nicht... Warte, kann man doch schlafen? Ich weiß, ich glaub's nicht. Du bist im Moment nicht müde, verdammte Scheiße. Ich spule vor. Dafür haben wir ja auch ein Welf mit drauf, und dann geht's halt immer schnell. Ähm, ja. Soviel zum Thema, schnell. Du musst jetzt einstellen. Ja, aber ich hab's normalerweise schon nochmal. Du musst auf F11 und dann auf Sidescale. So, wie sieht's jetzt aus? Ah, es ist reif! Gerade hat's gerendert. Das heißt, wir können mähen. Warte, wie sieht unser Feld aus? Ich? Was mähe ich denn? Noch nicht mehr. Ich bin mit meinem Ding. Ach, da steht er. Ähm, schafft du das? Leicht. Der eine hat mit 109 PS das auch geschafft. Der hat 122. Ja, das geht. Ansonsten, der Lindner ist frei. So, warte mal. Macht ihr nochmal Breitreifen drauf? Die Frage, warte. Unsere Silage. Doch. Komm zu Papa. Ähm. Ja, sie ist reif. Reif. Fertigiert. Ich geb's die Lausche verkaufen, ne? Warte mal, ich schnapp mir unseren Lindner. Der ist gut, wenn die, wenn die schon da drin ist, passt. Machen wir auch hier. Motor angeschmissen. Motor angeschmissen. Hallo. Ja, doch. Warte mal. Rondler da rangeknüppelt. So. Und Leute, ihr seht jetzt nichts oben. Wir haben jetzt auch eigentlich den, ähm, Inspektor-Mod. Wie die Inspektor? Doch, wie die Inspektor-Mod. Ich weiß, das ist soweit. Ich weiß, ich hab wirklich dann nochmal nachgeguckt. Ähm, haben wir jetzt auch endlich mitruf. Das heißt, wir sehen auch wieder, wie voll der andere ist, wie schneller fährt, wie der Helfer und so weiter. Oh nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö und also die auf jeden Fall unten oben am Hof ist auf jeden Fall die anderen müssen noch in alle so immer so noch mal andere Bereichen weil er eine Stufe dunkler geht es noch und eine Stufe dunkler geht es glaube ich noch egal ich fall zu gehen es gibt es eigentlich oder wer mit was andere mitfahren da kannst du den noch zum Vollfilm verwenden nie der ist und sich nimmt ein Ding die Hänger war du kannst aber an Unitrack auch die Hänger dran egal würdest du mehr mitbekommen doch wäre ich am Hof dieses Bein du kannst gern fahren damit du kannst du den Mbitrack aufladen und ich fahr da mit Lintner weh ich hab da kein Problem mit, gell so an mir liegt es nicht haben wir auch einen Eufen okay, das hat man nicht wollte jemand seit Unitrack loswerden nein nein das steht wittig nein das ist vollkommen hier raus, Junge ich hab rausgedankt, weil es hier rein gut ich hab gesagt, ich hab einen Sparen fliegt nicht nein, hier hab ich kein Problem mit kann ich auch gerne den Mbitrack machen schlafen ich hätte es dort wieder mitnehmen wir haben auch nun es muss jeder Quadratmeter hier ausgenutzt werden das ist nur vorhanden so die Leute habt wahrscheinlich gesehen wir nehmen das ja immer so in mehreren Etapen auch das heißt die Folge wo ich hatte vorher das Bayern Intro drin ich dachte es funktioniert mehr oder von YouTube dann doch nicht so gefeiert am ersten Mal war es gut ähm nicht schon dann anscheinend nicht habe ich eine Koppelweite gut ähm kann man es mal nicht aber jetzt auf jeden Fall ein anderes mit diesem Mal habe ich darauf geachtet dass kommt es als freie Musik ist ähm jetzt dürfte hoffentlich alles klappen ach das sind ja die Tausende der Show ich hab doch Moment aber ich bin zu breit egal wie es ist ich muss kurz vor der Züberschaltung ausmachen vom Komponente von uns ich komme hoch mit drei Kamer ab dem E-Kurs aber du kannst immer noch den Linden nehmen das ist jetzt momentan der Stadt Stamm und mit 136 glaube ich aber ich sehe schon ich werde hier eine Weile dran sein mit dem Frontlader bzw. mit der Schaufel aber wenn nicht ist hier das Z-Mack mit drin ich glaube es nicht aber wir nehmen das den Nest mit drauf ich muss sagen wir haben ein Zauberer aber ich habe euch die Zendage zu haben gekauft und diese 3.900 die hat dann 1.280 Liter aber ob es die 280 Liter jetzt ausmachen würde der noch oder du mir gleich den Tele-Lader das sind wir allein vermieden vom Tele-Lader schon pleite und außerdem sind die Hänger auch nicht zu groß das geht voran du könntest aber auch theoretisch Ladewagen nehmen könnte ich der Stoß nicht oder aber jetzt macht ein was denn die müssen nicht mehr kommen und es sind würde ich nicht machen glaube ich würde Eliflo wenn du mit erwartete Stille teile ich leise so ich habe da kein Problem damit wird ich weiß das Schönen von denen mit uns was er mit Janett durch das Problem wird doch ja er hat doch bei uns nicht getrunken ich habe vielleicht wieder verstanden Reise bis auf die der Wunsch mit ihm die Zauberung an einer Neuropa das merke ich wir sind voll der Romani die Zunen vorliegen liegen und willkommen ein betoniert die drei Prozent die Kamilfunkte dagegen vor mir steht immer noch ein Platz auch irgendwo stimmt es werden Wer hat mich aber nicht eisentudiert Dann halb mit Sekunden lieber Fischbob Eier Demkunden ein Uhu So kann man so sehen die den Vergleichen, die kamen in Tranko mit 50 Gegenfahren und der ging nicht weg Bei der Uhu-Fabrik Oh mein Oh mein Oh leide, oh leide, oh leide Mach was du Ja Und die Zuschauer, was? Aber die können sie überspringen So Ich auch, am Verladen Hey Nein, ich bin nicht abkacken Das ist schon ein Zug, ich hab nichts gesagt Ich komm da nicht hoch, ohne was stehen zu lassen Der ist technisch, oder? Ich komm da nicht hoch, ohne was stehen zu lassen Achso, an dem Stall hang meinst du? Heiz, ich bin so lang Oh 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 Wüls Schmetterling-Scheinwerkschein war schon eine gute Idee Ja, ich schaue nachdenken wie lange ich jetzt fahren würde now mit dem Fondmeerwerk um aber sollten wenn er noch von nun von mir kennen wir sind noch wenn dann auch noch ein Seiten bei nun von mir an mann bestellen wie und er muss in der Summe so müssen sie sind so nicht die kleinsten was? unsere Wiesen sind auch nicht die kleinsten ich glaub da wären wir bloß mit Frontmähwerk schon nähh na gute Weile dran ich wollte die müsste eigentlich dann auch nicht voll sein was steht gehen wir mal gar nicht wird gehen nicht sag mal Piep seine Wettel wird falsch man nimmt nur ja nie also bis da habe ich nichts gehört ich werde die ganze R Page d das sind wir ich glaub das war keine so gute Idee die Lä Cup zu kaufen wieso ich sehe das Freude ist nur noch im mp-truck und ähm Steyr fahren jeder darf jeden mal fahren ah ja wie war das? nicht mein Steyr du hast den Steyr auch gefahren? beim Dünn beim Dünn auch wieder so warte ich hab keine Ahnung wo ich eigentlich hinfahren muss Silage Silage wir stehen geblieben wir bin ich so warte neune da 217 bei Scheune das war glaube ich auch noch nie sag ich alter ich hab auf Videobeweis ich hab Scheune gesagt ja ich muss trotzdem erstmal gucken wo die Scheune überhaupt ist ah da hinten ja da waren wir ja schon oh ne das würde angelegen ne um du weißt du nicht mehr ja ich weiß nicht ob ich da jemals wieder rauskomme mit den zwei Hängen du kannst hinten rumfahren ja aber ich muss irgendwie um die Ecke wenn man sonst schmussiert einstehen lassen und den einen Pohr fahren ah 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 das nebst du denn nimmst du nehmt nehmt ich würde den grad nimm dir nicht mehr nehmt also weil er besser um die Ecke rumfahren kann meinst ich hab's allreiztlenkung was gewesen ach dann bin ich hab ich oben ich hab flex dabei schon nehmt den Tags beim MP-Trag um der Karte hoch geht der Lengue siehst du da war es wieder der Abbey gut gewesen hm da war es bei dem Kurve rumfahren hm ja aber ich glaub nicht dass wir jetzt grad mit 21.500 Litern und von so einem kleinen Ebi eh Rumpf hey oder scheiße der Appi nicht mehr der Todeskopf ja aber vom Gewicht das ist genau so viel Gewicht wenn ich ihn den Traktor mit 100 9 PS nehmen würde hm hm das ist ein Pfundgewicht geht er noch nicht ich habe ein bisschen schneller sein müssen aber man muss dazu denken ich habe wieder zwei Hänger dran einmal haben wir es geschafft ich glaube ein zweites Mal hätte es nicht funktioniert die Scheine wieder hoch zieh an ich kann auch mal wegfahren ja den zweiten Hänger kannst du wegfahren aber eben in meinen Unitrack kannst du nehmen dann füge ich den auch noch voll ich mache jetzt einfach voll füllen ich nehme ich kann Schaum machen du kriegst die W-Werke habe ich kein Problem mit ich lerne vorne auch voll also normalerweise ist er nur für für Leute also fürs Personal aber ich fahre hin und dann wir haben gefragt wir haben die Berechtigung ja ja die Berechtigung wer kennt es nicht so erst der Hänger wird abgeladen und das Geld kommt bringt Geld ballert ballert mir ist gerade aufgefallen ey steigen wir kurz in meinen Unitrack ein warte ich muss kurz nochmal den letzten Hänger hinfahren 2.000 für den Anhänger naja das geht aber das geht die Preise haben wir ja komm mal hierher ja auch diese Grasnarben hier durch hier ja die wo schweben hm ja sehe ich warum schweben da Grasnarben hm die Frage aller Fragen so 4.000 die Frage wahrscheinlich warum nehmen die überhaupt in der Schräge das ist auch die Frage aber wir waren mit dem Schmetterlingsmeer das geht schon und der fangt mich auf ich muss sagen der Preis war letztens auch noch besser es war ein bisschen so weil jetzt ist der Preis momentan glaube ich 2.000 zu müssen war dabei 3 hätt ich geklappt aber sicher bin ich mir jetzt auch nicht muss ich dann nochmal nachrechnen wie viel mehr dann unvergültig werden wie viel mehr dann unvergültig werden das ist eine Unterstellung das geht einmal gar nicht wer sagt das hm wer sagt das hm wer sagt das komm der Berg nicht hoch so weil da mal wieder hin sag das mit der Unterstellung hm ja ich muss doch kurz kurz weise mit dem das das der die 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 GPS auf einer Wiese zu mähen Ich glaub nicht Ah, ist schon krass, wir kriegen jetzt für die Silage noch 30.000 Was? Ja Weil der Preis hat einfach um 100 Euro gesunken diese Wunder Vorher hätten wir dafür noch 53 Euro So Ach, wenn wir alles hergeben Ah, ich war voran, dass sie vielleicht legen könnte Weil der Graspreis ist auch ganz anders geworden Ist der Graspreis? Damals hast du schon für Gras noch mehr bekommen Jetzt kriegst du schon für Heu mehr Geld Jetzt kriegen wir für 011 sogar Ja, doch Für Stroh 72 Einmal kriegt für Strom mehr als viel Gras Oh Aber ja, klar, die haben die Preise angeglichen Durch das Abdeck, wenn wir das jetzt auch mit drauf gemacht haben Fuchsen musst du jetzt sein Fuchsen musst du jetzt sein Das heißt, es wird sich Die Frage ist, was soll man machen Ja Wieder so wie beim letzten Mal ein bisschen Heu, ein bisschen Silage Äh, ein bisschen Silage Wird schon sagen, oder? Ja Aber dieses Mal lass weniger Silage machen, ehrlich gesagt nicht Ich bin wieder auf Böse Da reicht die Wiese hier oben mit Gras Ich bin wieder am Hof, ich jetzt vermord' und wegfahren Klasse der Schmähwecke stehen, ne? Ja so Leute, gehen wir mal mähen ab geht die Farben, ab geht die Farben mit dem B-Truck weil der hat 135 PS und der müsste seinen Easy packen wär der das meine? ja doch klar, der muss nachziehen aber warte, weil der B-Truck ist jetzt eigentlich meiner er ist unserer es ist meine, weil ich habe meine Ebi hergegeben ha da sagt er jetzt nix mehr ich habe nichts in Deutschland verkaufen allwärts da hast du dich hast du dich? 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 ich hab doch gesagt, dass ich werde drauf schnallen er wird wieder runter ja ich hätte eigentlich auch mal die Dienste geholt die Flagge den Atom umfallen die Flagge den Atom umfallen äh zieh hoch räumen kostet euch auch keinen Cent und den roten Knopf äh ja doch den roten Knopf grau färben work aktivieren damit ihr nichts verpasst das war von mir dann ähm sind wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlingrad und bis dahin macht es gut haut rein und ciao ciao und bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020